Was ist das Thema Explosion, Beschuss und geplante Sprengung von Bauwerken? Türme zum Einsturz brachten war eine absolute Fake News. Ich bin trotzdem nicht aufgestanden, habe dagegen mich gewehrt und als Wissenschaftler Stellung bezogen. Im Gegenteil, ich habe zehn Jahre gebraucht, um überhaupt darüber zu reden. Die mediale Präsenz dieser Fake News war so vehement und so erdrückend, dass ich den Eindruck gewonnen habe, im Nachhinein reflektierend das so sagen muss und so auch sehe, dass mit dem Einsturz von diesen drei Gebäuden bei vielen Menschen nicht nur Gebäude eingestürzt wurden, sondern das gesamte Weltbild. Wenn sowas möglich ist, hier so einen Fake zu verbreiten, was ist dann bitteschön politisch möglich? Und diese Frage, die tut weh. Die kann man nicht einfach so wegstecken. Was ist das Thema? Was ist das Thema? Was ist das Thema? Is das Thema?